Wieder fragen, wie heißt denn eure Titelmusik und die Musik, die auch bei den Chartübersichten immer gespielt wird. Jetzt haben wir sie für euch mal richtig in der Sendung dabei. Das Ding heißt Pack Jam. Die Gruppe Johnson Crew allerdings, sie ist in Amerika und zurzeit nicht verfügbar. Dafür haben wir einen Tänzer, der nennt sich Captain Hollywood und der nennt sich nicht nur so, der heißt wirklich mit Nachnamen Hollywood. Das ist also kein Witz. Und ich dachte immer, Michael Jackson wäre die absolute Spitze in Tanz, aber unser Captain, der hat es wirklich auch drauf. Hier ist die Gruppe Johnson Crew mit dem Titel Pack Jam, getanzt von Captain Hollywood. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020